Und ein herzliches Willkommen zurück zu Mario Tennis Aces Online-Turnier. Ich bin von Neuer Gameplay als Hobby und wir haben jetzt die ersten zwei Runden geschafft, gewonnen und kommen jetzt zur Runde 3. Suchen wir mal schon mal den nächsten Gegner. Hoffentlich müssen wir diesmal nicht so lang warten wie vor meinem vorherigen Teil. Und hoffentlich mal jemand mit einer ordentlichen Internetverbindung. Oh, da haben wir schon einen, den Brad mit Blooper. Okay, schauen wir mal. Mit Blooper hatte ich ja bei der Story irgendwie Probleme. Oh. Ja, das fängt doch schon mal gut an. Boah, der macht genau sowas wie ich. Shit. Jetzt schon. Ja. Juhu. Glück ab. Nein, falsche Richtung. Shit. Hm. Na, das fängt ja schon wieder eine Scheiße an. Nein, was... Boah. Was mache ich denn? Scheiße. Ach, komm. Der Computer kriegt das komisch, weil es dann hin aus der Entfernung. Klar. Oh. Wow. Okay. Scheiße, zu früh. Ich werde jetzt schon spannend. Okay, cool. Ah! No, fängt es schon wieder an. Oh, Glück habe. Ich habe schon gedacht, das wäre es jetzt. Oh, Mann. Was mache ich denn? Nein! Bin ich blöd. Spiel, Satz und Sieg. Na toll. Das Turnier ist schon wieder vorbei, das gibt es noch nicht. Oh, Mann war ich da jetzt schlecht. Habe aber auch ständig Fehler gemacht. So ein Mist. Na gut, herzlich Glückwunsch, Brett. Du bist weiter. Ich bin natürlich wieder raus. Ich muss wieder von vorne anfangen. Mist. Na gut, dann hoffe ich trotzdem, dass es euch zumindest unterhalten hat und dürft mir natürlich einen Daumen nach oben geben. Okay. Ich werde jetzt beim nächsten Teil logischerweise wieder mit dem Turnier anfangen und dann ich sehe mal weiter. Vielleicht komme ich diesmal mal weiter als, äh... Ich glaube, beim ersten Turnier bin ich auch nur bis Gruppe 3 gekommen, oder? Also Runde 3. Das müssen wir knacken, auf jeden Fall. Okay, ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Auf jeden Fall. Das war Mario Tennis Aces mit Online-Turnier mit von Neuer Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss. кажд meine Brille. Ganz so. Untertitelung des ZDF, 2020